Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Staffel 3. So, wir sind in Uldren Aschir angekommen das letzte Mal. Haben hier ein paar Quests angenommen und wollen die so langsam lösen. Wir gehen aber kurz noch trainieren. Schauen hier mal, was wir hier noch machen können. Kärfischwarm, Felsbrunst, Silvestos. Das bringt es hier nicht. Wir können hier aber... Ja, nein. Wenn dann hier ein bisschen Schaden, kann ich nicht angreifen. So. Also, Zauberbuch, Kärfischwarm. Keine Beschleunigung. Und Schutzschild. Hier. So. Angriff. Und ausruhen. Hier hin. Ja. Also, nochmals zur Erinnerung. Ähm. Dieses Let's Play ist sehr interaktiv. Ihr dürft mitmachen. Ihr dürft, äh, helfen. Ich kann euch helfen. Alles mögliche. Ähm. Ja. Ich bin Beschwerer. Also, ich kann euch heilen. Ich kann euch helfen. Leveln. Alles mögliche. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Das könnte zum Beispiel mal helfen. Ähm. Ja. Gegner zu besiegen, weil ich ja relativ schwach bin. Oder, ja. Ich kann euch Magnonitstücke geben. Ich brauche sie nicht. Also, denke ich mal. Und, ja. Wir können uns da optimal, ähm, ja, helfen. Wir werden hier mal, ähm, die Quest, ja, mit den Baumstämmen machen. Also, mit dem Holz. Da kenne ich mich noch aus. Wir haben zwei Magnonitstücke. Okay. Ja, toll. Jetzt kommt diese. Quest. Sowas von unnötig. Okay, dir schnell. Hier. So. Jetzt wieder den Stab ausrüsten. Und, ähm. Notiz. Wir müssen wahrscheinlich nur die anderen Quests hin. kommen. Also, einer hier. Dachte ich mir. So. Und hier unten. Dann müssen wir noch diese Bienenwappen anklicken. Bienennester. Ja, nicht runterfallen. kleine, süße Monika. Also, ähm, da unten. So. Okay. Ähm, jetzt. Dieses. Schien. Und jetzt. Einmal ringsum. Haha. Initiationsarmschiene. Rüstung. Null. Okay. Wenn's was bringt. Ähm. Pferde. Ich dachte, es gibt noch einen vierten. Pferde. Sogar. Andere Skins. Am Binnenstöcke. Ja, und jetzt die Quest abgeben. Hier. Und. 3 zum abgeben. So. Und hier Quest annehmen. Ähm, ja. Das bringt uns noch nicht viel. Hier mal ein bisschen ausrüsten. 32, 36, 36, 36 und 36. So. ja schon viel besser und hier haben wir jetzt das beste okay auch egal wir könnten hier noch diese Sachen wie war die so 32 plus 2 32 ok ja wir auch das und jetzt machen wir die Quests nacheinander mal zeigen was am nächsten ist ja alles in ungefähr der dort und einer ist dort ok easy hier ist schön alles beieinander ja alles hier haben wir eben das Problem gehabt es sind eigentlich nur zwei oder drei Städte zusammen und alles andere weit weg ist ein bisschen blöd ah jetzt müssen wir das mit Weizen machen auch easy das ist nicht so langweilig man sieht es fast gar nicht man muss Richtung Licht schauen aber hier sind sie zu sehen aber hier sind sie zu sehen so ich freue mich schon auf Level 10 dann haben wir die ersten Beschwörungen können uns heilen und Waffen richtig genau so und abgeben gut und jetzt müssen wir Lahminsel gehen dann gehen wir zuerst mal ins erste drauf um dort die Quest abzugeben sonst ja bleibt die dort und wir können wahrscheinlich ein paar Quests Nachfolgequests nicht machen wir schauen aber hier hinten durch hier gibt es meistens noch ein paar Gesteine wir können diese Quest jetzt auch annehmen mit dem Reiztier weil ich sobald ich ein bisschen Geld wieder habe ein Reiztier kaufe vielleicht noch ein paar Bonis ja um euch ein bisschen besser zu zeigen mal schauen dann was ich kaufe aber es wird wahrscheinlich noch nicht zu viel sein und ein normales Pferd reicht mir ich könnte niemals irgendwie wegnehmen Skin oder so äh etwas Echtgeld ausgeben schon ein bisschen schon ein bisschen abzocke schon ein bisschen abzocke obwohl ich es eigentlich ja ok habe es schon ein paar mal gemacht aber auch nur weil ich Langeweile hatte und zu viel Geld ja da hatte ich noch viel Geld leider aber natürlich muss die Regierung dazwischen funken und meinen ich sei topfit ich könnte arbeiten ich könnte alles machen ich könnte alles machen dabei bin ich ja immer krank und schwach und ja alles mögliche schaufe mich